Es ist kaum zu glauben, welches Video gerade weltweit kursiert und schon über 50 Aufrufe hat. In einem Video auf YouTube ist zu sehen, wie Unfälle rückgängig gemacht werden. Dazu wird laut dem Video einfach der Unfall rekonstruiert, jedoch rückwärts. Welches Genie hinter dieser grandiosen Idee steckt, ist noch unbekannt. Viele Menschen versuchten bereits das Video nachzuahmen, jedoch erfolglos. Was das Geheimnis des Videoerstellers ist, ist unbekannt. Das ganze Video finden Sie auf unserer Seite. Der Artikel ist in der Beschreibung verlinkt. Untertitelung des ZDF, 2020